hi thomas hallo aquaria natria so hier seht ihr meine co2 anlage da dieses rückschlagventil habe ich war es gestern zu stark zu überwinden man sieht es blubbert blubber blubber so daran liegt nichts hier geht es weiter mein hahn und da kommt nichts an zeitweise stand schwerträger immer weg da schon oben das wasser im schlauch natürlich mittlerweile steht es wahrscheinlich wieder hier und kommt da in die kugel nicht weiter wenn ich jetzt den napf abnehme kommt es hinten raus geblubbert schafft aber nicht dadurch der ist komplett aufgedreht wie man sieht man kann drehen aber dennoch passiert nichts das komplett aufgedreht wenn ich jetzt einmal an eine flasche an meine reinigungsflasche drücke kommt da dann auch in dem moment geblubber raus dann wieder nicht das seit gestern abend keine lust mehr auf dieses spielchen